So, jetzt nehm ich wieder auf. Ähm, musst du die Duel-Anfrage wohl nochmal machen? Jo, Moment. Alter, wie ich instant komplett FPS-Einbruch hab, wenn ich für das dann mach. Was, du Rappt-Times, du hast das Fon! Nein, das war keine Ahnung. Das war überhaupt geiler. Ach, guck mal den Computer an, er steht ein Kill. Marco killte Mark, äh, Seeker. Marco killt Marco. Ja. Ich könnte doch danach auch mal nen Duel-Minigame machen. Günther. Wat, lieber Nid? Ah, da bin ich schon wieder, ey. Der verkleidt sich immer als mich, der F... Fuck. Buh! Warum spielst du überhaupt den Diamondback? Keine Ahnung. Sieht am coolsten aus. Wow. Und ein Zuball muss Deal haben und nicht nur die kleine scheiß-fuzzi-Waffe da haben. Irgendwann ist Sniper, nur damit es zwei ist, nämlich acht. Er ist ein sehr guter Sniper. Winker, zwinker. Ah, verdammt. Oh, das ist ein sehr guter Sniper. Naja, die letzten LPs hast du abgekackt. Ja, für Sieger hat noch gereicht in den Duellen. Weil ich eher moderat bin als Sniper. Ich muss aber sagen, dass das um einiges leichter ist, jetzt mit 50 FPS, kurzes Sniper. Kann mir vorstellen. Also, man trifft sogar mal da, wo man hinzielt. So unglaublich, wie es klingt. Dammit. Ich helfe dir mal ein bisschen, Riven. Aha. Hast du mich jetzt angetündet? Ich? Nee. Ich dachte schon. Ich habe einmal ein Brennen. Oh, fucking heavy. Fuck, ey. Achtung, wenn Sniper ist da. Oh, Dings. Jetzt fällt mein Hammer echt ein. Ich weiß wohl. Ja, gut. Den. Er ist oben auf der Plattform. Erster Stock. Kill him. Ich glaube, wir haben jetzt eh verloren. Fuck. Halbe Team ist noch da, aber keiner macht es. Nein, das war nur noch alles. Nein, ich bin verreckt. Ich kann ihn nicht mehr killen. Geht ist. Lauf weg. Nein. Was sind ihr? Ich mache Next 10. Weiß nicht. Okay. Oh, Koli. Koli, Koli, Koli. Koli, Koli, Koli. Ja, dann mache ich auch mal mit Switch. Irgendwie... ...brechen bei mir hier die FPS-Mein, ob der... Koli, 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 Koli. 94% der Vote. Der Ladebildschirm. Wie viele Spielstunden hast du auf dem Spy? Äh... 68. Einhalb. Krass. Mit den Engines habe ich, glaube ich, so 35. Ja, Engines spielst du auch ziemlich oft. Ja. Bin auch gut daran. Du stellst Geräte auf und gehst afkar. Nein. Kniffen 1. Marco 0. Nein. Ich fühle nicht. Ich fühle nicht. Hey, ich habe mittlerweile schon 7100 Kills auf was Scoot Huggern. Wann werden diese Kills denn überhaupt gezählt? Wenn man sich was kauft, oder? Wenn du dir eine Strange-Waffe kaufst. Strange-Waffen kriegst du aus Kisten, kannst der aber halt auch von anderen Spielern, ähm, die natürlich auch ertraden. Okay. Es gibt von fast jeder Waffe mittlerweile schon eine Strange-Waffe und zählen Kills und je nach wie viele Kills du da drauf hast, haben die einen anderen Titel. Kosten halt auch je nach Waffe unterschiedlich viel. Ja. Teuerst ist, glaube ich, Maschine im Moment. Äh... Ich habe ich. Ja, aber die... Strange-Maschine aber. Strange. Strange, ja, weil das aus 30er Kiste ist und die ist nur extrem selten gedroppt. Aber abgesehen von der 30er Kiste ist die teuerste Waffe, ähm, definitiv der Rocket Launcher. Der ist noch bei, äh, 2 Keys oder 6 Refined. Und ich habe einen. Was bist du denn überhaupt? Ich im Moment jetzt gerade? Ja. Soldier. Soldier? Aber da muss ich aufpassen. Nein, ich bin Scout. Achso, dann bist du Scout. Da muss ich aufpassen. Oh, und da warst du, ich habe dich gesehen. Ich kann, glaube ich, auch alle sagen, du musst trotzdem aufpassen. Ja. Außer vielleicht beim Medic. Ja, vom Sniper musst du auch nicht so viel anfangen. Das stimmt wohl. Bin ich auch eher, ne? Semi-gut. Das weiß Riven, ja. Aber deshalb spiele ich auch keinen Sniper. Also nicht im Match. Also ich spiele mit Sniper eigentlich schon ganz gut, aber nur so auf lange Distanzen. Da kann ich sehr gut Headshots verteilen, aber auf kurze Distanzen schieße ich immer daneben. Kurze Distanzen war echt scheiße als Sniper. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es nur umgekehrt. Ach, hi, Riven. Ja, hallo, Medic. Ach, hi, Marco. Was, wo? Ne, das ist doch, das ist ein anderes Ball. Verdammt. Wer hat nur eine? Achso, dann spielt Marco jetzt irgendwas anderes. Lass mich raten, Herr Reine, das ist wie auf dem letzten Punkt. Äh. Ich bin Sniper. Fuck. Was willst du als Sniper groß gegen ein paar Scouts machen? Äh, Headshots oder SMG. Ja. Headshots oder SMG. Ich weiß, aber ich würde... Ich hatte zu schlechte Erfahrungen mit Spice, deshalb habe ich diesen Rückenschild. Das ist... Ne. Doch. Kacke. Ah, Riven, du sagst, der Razorback ist scheiße. Was haben wir denn beim letzten Mal für eine Diskussion, dass du den so, äh... Dass du das SMG so scheiße findest und... Ja, ich habe aber gesagt, dass ich Gerati gut finde und immer damit spiele. Razorback finde ich trotzdem scheiße. Äh, das stimmt wohl. Und das HP-Ding auch da. Darwin's Danger Shield. Du siehst, kein Mut auf. Ey, Marco. Ah, nein, nein. Nein, Zotar. Ah, nein. Kill Riven, please. Ah, nein, quasi Kill Seeker. Sentry und Stickies in der Lore Lobby. Dies is not good. Dies is not good. Grafikfehler. Warum auch immer. Was ist das denn für eine Scheiße? Kann ich mir rausgucken. Warum Riven, Kill Seeker? Befehle es dir. Ich kann nicht aus der Base rausgucken. Äh? Ach, möglich, weil ihr den letzten verteidigen müsst. Ja, und dann müsste ich da trotzdem rausgucken können und nicht Grafikfehler haben. Strange. Ich habe den Aha-Effekt. Eureka-Effekt. Ja, ich habe alles auf Deutsch. Die deutsche Übersetzung ist mir einfach sowas von scheiße. Magst du den Spice-Zapfen nicht? Hm? Magst du den Spice-Zapfen nicht? Ist fast so geil wie, ähm... Bonk Atomic Punch wird so Bonk Atomenergie-Drink. Fast so. What the fuck? What the fuck? Äh, ich habe dem, ja, ich habe dem Full-Charged, äh, Schuss aus der Sniper gegeben und unser Pyro hat dann am, äh, Flammbäufer draufgehauen. Was wollen wir dazu noch sagen? Engie sucked. Unbedingt. Mit Pomsen nicht so. Pomsen. Ich finde, Pomsen klingt immer so ein bisschen nach Devos. Pommasche. Richtig. Er klappert den ja immer von der Tastatur rum. Das wird ruhig sein, wenn meine total laut ist. Eieiei. Ja, kannst mir gerne eine sponsern. Eieiei. So ein altes Cherry-Kee. Boah, das wäre cool. Der ist ja meins auf dem selben Level schon. Echt? Ich habe eine Titan-Quest-Tastatur. Von der Collectors Edition. Boah, nao. Kostet mittlerweile 5 Euro. Die Cherry-Tastatur kostet 50. Was bist du denn jetzt Sieger? Ich finde dich nicht. Ich bin gerade Soldier. Ach so. Lass diesen komischen, peinlichen Grünhut auf. Naja, er hat den Team-Captain, der mit dem Grünhut ist in Nut. Oh, ich habe immer noch null Punkte, das ist irgendwie nicht. Dein Motherfucker. Wie er schon wieder so ein Seen-Nassen-Medic bei hatte, ey. Der ist schon mindestens 20 Mal tot. Ich hasse dich. Immer nur der Dude, der mich killt. Das ist peinlich. Ich will einfach nur Sieger killen. Das ist der Grund, dass ich nur auf dem Server bin. So. Dann viel Spaß. Nicht. Oh, ich habe zwei Punkte, endlich mal. Endlich mal meine Wicke. Oh, bist du da? Fuck you. Er kommt eh gleich mit dem Uber reingerannt. Ich sehe dich nicht. Vielleicht ist er auch Spy. Nö. Der ist Soldier, er hat einen Shotgun. Ach so. Okay. Bye. Das ist er ja. Und? Ulfen, echt? Wo war er ganz genau? Ich will es wissen. Na, gehst du durch die Tür durch und dann hast du eine Rakete im Gesicht. Okay, das versuch ich mal. Da, wo der Teleporter liegt, genau. Oh, da. Hm. Bin nicht off, alright, Atominizer. Nein! Fuck, ein Spy! Ein Spy! No! Oh, natürlich, in zehn Sekunden werde ich es verordnen. In diesen Momenten hasse ich Spice. Wie viele Sentries habt ihr? Drei. Ihr seid beschissene Huren-Säule. Jetzt haben wir erst mal wieder ein paar Minuten Ruhe, bis wir dann nicht so überlaufen. Oh, Fika ist tot. Schnell pushen. Ja. Ich hab reingerahmt. Push, 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 push. Oh, ha, ha, you all must die. Jetzt hab ich noch mal ne Frage bei deinem Let's Play Orcs Must Die. Das kostet doch was, oder? Ja, das kostet was. Ah, schade. Das gibt's aber bei Steam öfters mal im Angebot für, äh, 3 Euro. Gab's jedenfalls Weihnachten zweimal und im Herbst glaub ich auch immer. Der Sniper einfach den Punkt holt. Äh, das war ein Scout. Ja, ich stand die ganze Zeit drauf, am Anfang. Ihr ignoriert mich aber einfach alles. Oh, wir bleiben zusammen. Und mit MSG und ich mit der Natascha. Du bist bestimmt sehr stark auf Range. Oh, Fakzika. Oh, fucking. Nein, ich hasse das. Okay, wir sind... Ich hab natürlich kein erstes bekommen. Machen, ich weiß es nicht. Wir hängen fest, wir haben 3 Sandwigs da, also kommt ihr nicht näher. Aber wir können nicht weiter zu euch, weil ihr auch überall Mini-Sandwigs stehen habt. Naja, wir haben Mard. Ein Mard probiert die ganze Zeit den Punkt zu holen. Auch wenn er immer stirbt. Du wirst fast tippen, dass Sika jetzt in der Mooman ist. Ich brauch hier mal Hilfe. Ach, Gott sei Dank. Pack. Den hatte ich grad. Hey, du blöder Medic. Wehe dir. Ah, nein. Ich fahrs es nicht, ey. Alter, was ist das für eine verpackte Scheiß-Tür? Bei mir ist die Tür permanent zu. Ich kann trotzdem durchschießen. Kann nicht durchgucken. Ach so, ja, das ist ein Bauback. Den gibt's auf Gullywarsch leider. Den hab ich auch mal gehabt. Ja, jetzt habt ihr eine Sentry da oben, oder was? Ah, ne Ahnung, du. Du das? Weiß nicht. Ach, ne, ich bin gerade gestorben hinterm zweiten CP. Ihr habt dann noch Sentries über Sentries. Ja. Wir haben doch nur einen Engie. Wieso wandern auf eurem Last zwei Stück und jetzt auf zwei? Bei dem Marco eben noch Sentry war. Ja, aber der wurde noch... seine Sentry. Ja, die Fresse. Marco in Tüffi. Piep, piep. Piep, piep. Möööööö. Dei, dei, nein. Ist nicht gedeiht. Fuck, irgendwo steht deine Sentry. Woh, fuck. Nein, Mist. schattest du geklappt so was bist du denn jetzt bist du immer noch solidiert so